Daniel, du kannst nicht fahren, wir müssen wechseln. Heute sind wir auf Besuch beim Tagi. Mal schauen, ob die schon parat sind. Es ist zwar Herbst, ich bin mir aber sicher, sie haben eine Überraschung für uns parat. Das ist ein schönes Gartenbad, welches du es nächstes Jahr als Turmfestbesucher oder Turmfestbesucherin gratis brauchen kannst. Hoffentlich haben wir es nächstes Jahr genau so Wetter, aber ich hoffe auch ganz fest, dass wir Wasser im Becken haben. Ja, wir haben heute zwar kein Wasser, aber vielleicht ein bisschen Merge. Herzlich Willkommen zum KTF Teleshopping. Heute im Sortiment haben wir die neue Wetter 2022 Sonnenbrille. Das Besondere ist, wir haben sogar noch Socken und diese in den Farben des KTF. Wichtig ist natürlich auch eine Tragmöglichkeit. Und für das gibt es unsere schönen Bags. Der erste wäre in den Türkis. In der Nachtfarbeck. Aber auch in einem saftigen Gel. Und als allerletzt haben wir auch noch ein cooles Turmsäckli. Das wäre es gewesen mit dem KTF der Shopping. Hol auch heute noch dein Exemplar. Und das ist ganz einfach. Gehe auf www.wettigen2022.ch auf den Shop. Dort siehst du alle Artikel, die du kaufen kannst. Und das sogar mit Twint. Hey, das Model war sicher mega teuer. Das war super. Das nehmen wir noch einmal. Bis zum nächsten Mal. Euch mehr paz 중요. Bis zum nächsten Mal. Hilfe einem Sch fans. Wir kaufen siehst. Und diese Zeit бы have Zeit babae.